So, jetzt wissen wir Bescheid und können auch direkt anfangen. Den Anfang, den macht heute ein Mann, der sich auf den Medientagen des Öfteren mal hitzige Duelle geliefert hat mit Intendanten öffentlich-rechtlicher Sender. Das mag so ein bisschen in der Natur der Sache liegen, denn er hat vor ziemlich genau 30 Jahren ProSieben gegründet. Das heißt, die Medienbranche kennt ihn sowieso und auch einem breiten TV-Publikum ist er mittlerweile bekannt, denn er hat sich in die Höhle der Löwen begeben. Als Unternehmer will er es jetzt zum wiederholten Mal wissen und zwar das neue ProSieben im Zeitalter von Social Media will er erschaffen. Das haben wir heute schon beim Gipfel gehört, die Social Chain Group und wir fragen uns alle hochgespannt zurecht, was er da vor. Das darf er jetzt einmal selber erzählen im Gespräch mit dem Chefredakteur des Medienmagazins DWDL, Thomas Lückerath und dann sage ich einfach herzlich willkommen Dr. Georg Kofler. So, zurück auf der Mainstage. Sie sind vor zehn Jahren, Herr Kofler, aus der Medienbranche sozusagen abgetaucht. Sie waren hier Dauergast. Sie haben sich Duelle geliefert hier auf der Bühne bei den Medientagen. Wie schwer war das damals von heute auf morgen zu sagen, jetzt halte ich den Mund? Sie waren nicht einer derjenigen, der aus der Ruhephase heraus die Nachfolger kommentiert hat. Nein, das war ja gar nicht schwer. Ich habe mich ja aktiv entschlossen, einen Themenwechsel in meine Lebensplanung einzuführen, weil ich das Gefühl hatte, nach 20 Jahren Fernsehen, da habe ich in dieser Branche schon ziemlich viel, wenn nicht alles Wesentliche erlebt und das auch noch in einer erheblichen emotionalen und unternehmerischen Bandbreite. Also ich wollte mich einfach mit neuen Themen beschäftigen und dazu gehört dann auch, wenn man Thema wechselt, dass man einfach eine Seite umblättert und deswegen habe ich mich dann also zum Fernsehgeschäft gar nicht mehr geäußert, obwohl ich viele Interviewanfragen hatte, aber ich finde es eigentlich bescheuert, wenn sich dann Leute, die nicht mehr im Geschäft sind, quasi als Besserwisser von der Seitenlinie ständig einmischen, herumnörgeln, was ihre Nachfolger machen. Also da habe ich gesagt, das mache ich nicht. Jetzt heißt es, Sie sind zurück. Nicht jeder weiß genau, was Sie machen. Ich habe im Vorfeld nochmal gecheckt, Sie haben weder Ihr Abendessen von gestern bei Instagram gepostet, kein Foto aus dem Fitnessstudio, kein Beautykanal auf YouTube und bei Twitter auch noch nichts Politisches geschrieben. Es heißt aber, Sie machen was mit Social Media. Was macht Georg Kofler in Social Media? Ja, ja, also jedenfalls nicht, dass ich auf Instagram jetzt poste, dass ich mich heute nass rasiert habe und statt trocken. Aber mit anderen, die das machen, möchten Sie Geld verdienen? Ja, und ich finde das ein tolles Phänomen, aber ich habe ja viele Jahre Fernsehen gemacht und war auch nicht täglich in einer Talkshow. Also das Führen eines Medienunternehmens ist ja eigentlich ein Fulltime-Job. So, und jetzt kommt es. Und eine Talkshow zu machen ist auch ein Fulltime-Job. Und einen Instagram-Channel oder einen Facebook-Channel nachhaltig zu machen ist auch ein Fulltime-Job. Und ich mache nicht zwei Fulltime-Jobs, weil ich Respekt habe. Auch eben vor diesen Social-Media-Kanälen. Sie werden sehen, auch hier werden sich die Profis durchsetzen. Und für die ist ein Instagram-Channel nicht etwas, was man nebenbei macht, sondern der Hauptjob. Sie machen das mit der Social-Chain-Group. Ja. Was steckt dahinter? Können Sie uns mal kurz einen Überblick geben, was will die Social-Chain-Group machen? Ja. Dahinter steht die Vorstellung, dass wir Social-Media-Reichweiten erreichen, indem wir interessante Social-Media-Kanäle machen. Also das, was man Social-Publishing nennt. Dafür haben wir eine Firma, die nennt sich Media-Chain und hat ihren Hauptsitz in Manchester. Insgesamt im Moment etwa 90 Millionen Follower und 1,7 Milliarden Social-Views pro Monat. Das ist eine Sache. Die zweite Sache ist Social-Media-Marketing. Ich hatte das Glück, eine Agentur zu entdecken, auch in Manchester, namens Social-Chain, vor zwei Jahren. Die haben einen Award nach dem anderen abgeräumt. Da habe ich mir gedacht, den muss ich mir mal leer anschauen. Und das ist heute die meist ausgezeichnete Social-Media-Agency oder Social-First-Agency, wie man sagt, in England. Wir haben Niederlassungen in New York und in Deutschland. Ich finde es wichtig, dass man das Handwerkszeug einer neuen Mediengattung auch beherrscht. Und das dritte ist die Absicht, eigene Marken zu besitzen, zu entwickeln, aufzubauen. Einige aus der Höhle der Löwen, aber auch große E-Commerce-Unternehmen, die wir mit dieser Social-Media-Reichweite und dem Social-Media-Marketing unterstützen und vermarkten können, aufbauen können. Wissen Sie, ich habe ja als ProSieben-Chef jahrelang die Reichweiten von ProSieben an Nestle, Procter und Gamebrowser, sprich an die Werbeindustrie verkauft. Und manchmal habe ich mir gedacht, hätte ich bloß ein eigenes Produkt, das ich selber in meinen Medien promoten könnte. Und den Wunsch, den kann ich mir jetzt erfüllen. Also es geht um die, man könnte das schöne Wort 360 Grad benutzen, zu sagen, also Reichweite schaffen, es vermarkten. Und das Vermarktete ist auch noch das eigene Produkt, an dem Sie mitverdienen. Ja, genau so. Das macht auch am meisten Spaß, wenn man Reichweiten hat und ein Produkt erschafft. Das sind ja alles kreative Prozesse. So eine Marke aufzubauen und dann die richtigen Zielgruppen zu finden und dann die Integration in einer Firma zu finden zwischen zwei DNAs. Zwischen der DNA der Medienleute und zwischen der DNA der Produktleute, die auch in Logistik denken, die auch über die Produktsource, also Einkauf und so denken. Das sind ja unterschiedliche Menschentypen und die zusammenzuführen, das ist meine quasi kreative unternehmerische Führungsaufgabe. Laut Ihrer Firmenwebseite wollen Sie eine Zielgruppe vermarkten, die auf anderen Wegen nicht mehr so gut erreichbar ist. Bedeutet das, das, was Sie vor 30 Jahren mitbegründet haben, das deutsche Privatfernsehen, schafft das nicht mehr? Ach ja, auf jeden Fall. Also diesen Abgesang auf das Fernsehen, den halte ich ja einfach für falsch. Und auch ein bisschen dumm, denn natürlich hat Fernsehen nach wie vor große Reichweiten. Und natürlich ist Fernsehen heute immer noch das Leitmedium der Werbewirtschaft, wenn es darum geht, Marken bekannt zu machen. Und auch noch bei der jungen Bevölkerung, die schauen natürlich viel auf YouTube und die schauen weniger Fernsehen. Das ist schon klar, das weiß eh jeder. Aber wenn ich jetzt sehe, gestern bei der Höhle der Löwen hatten wir bei den jungen Frauen 14 bis 29 30 Prozent Marktanteil. Also ich sage so, mit den richtigen Formaten bekommt man die Jungen auch vor den Fernseher und es gibt halt vielleicht nicht mehr so viele richtige Formate dafür. Da muss sich eben hier der Fernsehkreative und die Produzent neue Formate einfallen lassen. Das machen die auch am laufenden Band. Und im Übrigen kombinieren sich alte und neue Medien ständig immer wieder neu. Und was die Social Media Channels machen, das ist ja teilweise etwas jünger gemacht, was man manchmal im Fernsehen auch sieht. Also die Menschen verändern sich ja nicht in ihrer DNA. Nur deswegen, weil es plötzlich Social Media gibt. Die haben doch immer ähnliche Bedürfnisse über Jahrhunderte hinweg. Aber hinter den Kulissen hat sich das Fernsehen dann nicht nochmal gereizt. Da haben Sie irgendein Erweckungserlebnis gehabt zu sagen, Social Media soll es sein. Gab es irgendeinen Moment, wo Sie gesagt haben, ach das ist eigentlich spannend? Erinnern Sie sich an einen Moment? Ja, ja, hundertprozentig. Das war die erste Glow. Glow ist der Name einer Beauty-Messe, die wir erfunden haben, die mir vorgestellt wurde im Juli 2015. Und ich war sofort begeistert. Und zwar deswegen, weil wir eine Reihe von Social Media Stars unter Vertrag hatten aus dem Beauty-Bereich. Und da hat eben der Erfinder dieser Idee gesagt, jetzt nutzen wir mal die Social Media Reichweiten und laden unglaublich viele Mädels ein, die dann dahin kommen. Das erzählen wir den Marken aus der Beauty-Industrie, die kommen dann mit ihren Ständen dahin. Und ich habe gesagt, okay, aber wie bitte ohne Fernsehwerbung, ohne Printwerbung soll das gehen? 4.200 Tickets zu verkaufen, freiwillig, ja, sollen die Leute dahin kommen. So, und dann, 5 Monate später nur, an einem Samstag, dem 31. Januar 2016, fand die erste Glow in der Jahrhunderthalle in Bochum statt. Und ich kam hin und das war schlechtes Wetter und Wind und Regen. Und zwar dann 1500 Mädels in einer Schlange stehen, ja, in der Hoffnung, dass die Tore bald sich öffnen würden für die Glow Beauty-Convention. Also das hat mich beeindruckt. Also diese Mobilisierungsfähigkeit von Social Media hat mich beeindruckt. Und da habe ich gesagt, okay, das ist mein nächstes Ding, da setze ich meine Chips drauf. Lassen Sie uns kurz über diese drei Standbeine Ihrer Unternehmung sprechen. Sie haben gesagt, es gibt den Bereich Social Publishing, die quasi erstmal Reichweite generieren, die eigene Inhalte bestücken. Das sind zum Beispiel bei Facebook-Webseiten oder Facebook-Seiten, die kennt man auch so dieses, ich sage jetzt mal ähnlich wie Kinder der 90er erinnern sich an dies oder so. Also so gesammelte Fundstücke aus dem Netz, könnte man das nennen. Ist das denn genauso gehaltvoll wie das, was Sie früher noch im Fernsehen produziert haben? Oder geht es nur noch darum, möglichst schnell Reichweite zu, also sind die Inhalte nachhaltig? Es wirkt so, als wenn es nur darum geht, schnell die Reichweite zu generieren. Ja, ja, das gibt es natürlich auch haufenweise. Aber wir schauen bei unseren Channel jetzt schon nach und nach hier nachhaltige Inhalte aufzubauen, eine klare Positionierung. Das sind so, also ich sehe das so wie kleine Fernsehsender, ja, die nach und nach sich in einer Special Interest, also in einer Zielgruppe hier positionieren. Und wir bauen Redaktionen auf, die sich genauer überlegen, welche originären Inhalte sie bieten. Das Match hier ist natürlich wie im Fernsehen, nur mit originären Inhalten zu gewinnen. Man muss eigene Redaktionen haben, eigene Kreativität haben, eine klare Vorstellung von der Positionierung von diesen Channels. Und wissen Sie, und dann ist das übliche 3-and-Terra-Prinzip. Ich weiß ja auch nicht heute, wie der beste Beauty-Channel der Welt funktionieren soll. Oder der beste Food-Channel oder Student-Problems, ja. Das muss ausprobiert werden. Und ich gebe den Leuten die Freiheit, das auszuprobieren. Und nur so kommen wir weiter. Und das war bei ProSieben in den ersten Jahren genauso. Ich wusste ja auch nicht, wie ProSieben genau ausschauen würde drei Jahre später. Das hat sich eben im laufenden Geschäft ergeben. Um ein Lieblingswort Ihres Mitlöwen Frank Thelen zu benutzen, skalieren kann das Ganze natürlich besonders im englischsprachigen Raum. Sie sagten ja auch, Mediachain sitzt in Manchester. Die Social Chain Group sitzt in Berlin. Wollen Sie denn auch inhaltlich in Deutschland wachsen? Also sucht die Social Chain Group in Deutschland noch Wachstum und Mitarbeiter? Oder ist das was, wo man sagt, wir bleiben beim englischsprachigen Raum? Nein, auf jeden Fall auch in Deutschland. Wir haben im Moment so eine Verteilung. Wir sind eine Social Chain Group Aktiengesellschaft, eine deutsche AG. Wir haben im E-Commerce-Bereich ein viel größeres Gewicht in Deutschland oder im deutschsprachigen Markt. Wir haben im Social Media Business ein größeres Gewicht in England und den USA. Das hat sich so ergeben. Aber man kann auch sagen, das hat auch einen Grund, die Engländer und die Amerikaner sind im Bereich Social Media einfach ein Stück weiter als wir in Deutschland. Aber jeder im Mediengeschäft weiß, dass amerikanische Trends oder englische Trends dann ein, zwei, drei Jahre später auch nach Deutschland kommen. Also das wird sich gegenseitig befruchten. Das ist ja auch das Interessante, was mich da reizt in dieser neuen Gruppierung, weil die auch international ist. Das ging ja bei ProSieben nicht, weil Fernsehen ja immer national war. Und das hier ist interaktiv und international und hat also viel mehr Spielebenen, als das im linearen Zeitalter möglich war. Sind die Reichweiten bei Instagram und bei YouTube eigentlich genauso seriös, wie damals die primäre Abonnentenzahlen? Nee, das glaube ich nicht, weil die primäre Abonnentenzahlen, die sind das sicherste von allem. Denn jedem Abonnenten steht ein Konto gegenüber, auf das er monatlich einzahlt. Also mehr Genauigkeit kannst du ja nicht haben. Die Social Media Reichweiten, da musste ich mich auch erst dran gewöhnen. Wir haben ja im Fernsehen immer die GfK gehabt. Wir haben uns so viel Mühe und so viele Debatten gehabt, um da eine Währung zu etablieren, die von der Werbewirtschaft akzeptiert wird und von den Fernsehsendern eben auch. Und eine solche Währung gibt es ja heute im großen Universum von Social Media eben nicht, sondern da gibt es eben Währungen, die von Facebook bestimmt werden, die von Google bestimmt werden, die von den Plattformen bestimmt werden, die quasi ihre eigenen Einschaltquoten da hier bekannt geben, ohne dass da ein Dritter so genau das kontrollieren kann. Auf der anderen Seite gibt es so viele Plausibilitätschecks, mit denen man mittlerweile auch Lügen oder gekaufte oder Fake-Follower da auch identifizieren kann. Und da sind unsere Social-Chain-Experten gerade in England führend. Und ja, die haben ja ein Tool entwickelt oder ein Software-Paket, mit dem man also gekaufte Follower oder gekauftes Engagement wirklich identifizieren kann. Und das hat ja vor zwei Wochen weltweites Aufsehen erregt. Können Sie denn als, sagen wir mal, neuer Grand-Senieur des Social Media, wenn man das mal so überspitzt formulieren darf, können Sie uns das Rätsel auflösen, was ist für Sie momentan aus Sicht der Social-Chain-Group das spannendste Social-Network? Wo würden Sie sagen, ist momentan das meiste Potenzial drin? Ja, auf Student-Problems. Okay, also thematisch. Thematisch, ja. Ist der größte quasi Sender für Studenten, ja, weltweit. Und klar positioniert, verdient auch Geld. Und gefällt mir deswegen, weil er ein Thema aufgab, das es im Fernsehen nicht gab. Es gab nie einen eigenen Studentensender, wo man hätte sagen können, na, ist ja eigentlich naheliegend. Ja, wenn es schon so viele andere Sender gibt, vielleicht ein Studentensender. Den habe ich erst dann eben im Social Media entdeckt. Kommen Sie über YouTube auch wieder so einen Ticken zurück zur Fernsehproduktion? Ja, sowieso. Klar. Also das wird ja die Zukunft sein. Video ist die Zukunft von Social Media natürlich auch. Und bei Video geht es dann eben immer um Professionalität. Es geht dann eben um andere Formate. Eben nicht mehr 45-minütige Serien, sondern vielleicht 5-minütige Serien, ja. Es hat ja im Fernsehen auch immer unterschiedliche Formate gegeben. 25 Minuten Sitcoms und 45 Minuten Krimis und manchmal auch 15-minütige Formate oder sowas, ja. Also wir werden neue Formate erleben mit vielleicht sogar ähnlichen Inhalten wie im Fernsehen. Sie haben beim Privatfernsehen immer gekämpft und immer diskutiert, leidenschaftlich auch über die Überreglementierung des Privatfernseins, über das, was das Privatfernsehen machen darf, auch was die Werbung angeht. Jetzt sind Sie in Social Media eingetaucht, sind da aktiv und wir erleben gerade die Diskussion darüber, wie muss da eigentlich Werbung beispielsweise gekennzeichnet werden. Das heißt also 20 Jahre später gleiches Thema, nur andere Plattformen. Nee, nee, überhaupt nicht. Also das war ja bei uns nie ein Problem, Werbung zu kennzeichnen. Die haben ja immer nur dafür gekämpft, dass man uns nicht vorschreibt, wie oft man einen Spielfilm unterbrechen kann. Das finde ich ja nach wie vor, das soll in der Kompetenz des Fernsehsenders sein, ja. Denn wenn er zu viel Werbung schaltet und seine Filme zu oft unterbricht, ja, dann laufen die Zuschauer davon, ja. Da gibt es ja ganz natürliche Korrektive. In Social Media gab es ja in der ersten Phase, wie immer, wenn es neue Medien gibt, halt diverse Grauzonen. Die unreguliert war. Und natürlich haben Leute versucht, mit Schleichwerbung hier Geld zu machen. Das sind immer nur sehr kurzfristige Phänomene. Ja, nein, ich bin klar, wir wollen ja ein nachhaltiges Unternehmen aufbauen, das auch einer seriösen Regulierung standhält. Und deswegen ist Werbung zu kennzeichnen und damit haben die Profis kein Problem. Nur diejenigen, die sich eher, sagen wir mal, Aufmerksamkeit erschleichen, die wollen auch Schleichwerbung machen. Aber die professionellen Leute, die klare Inhalte haben, die auch eine gefestigte Community haben, die haben mit einer klaren Kennzeichnung von Werbung kein Problem. Würden Sie heute eher in Sky investieren oder eher in Netflix? Puh, naja, also da bin ich mir nicht so sicher. Okay. Ja, ja, also natürlich könnte ich jetzt sagen, ich bin selbstverständlich, Netflix ist modern und da ist in 190 Ländern und so weiter. Wenn ich mir die Schulden von Netflix anschaue, da denke ich mal kurz nach. So hier, so und das muss ja auch nicht immer so weitergehen, ja. Es kommt auch da sicher Konkurrenz. Netflix hat einen riesen Vorsprung, aber da ist nichts so uneinholbar. Es hat immer wieder, wir werden auch neue Konkurrenz sehen. Aber von der Tendenz her, ich meine, Sky hat ja auch viele Kundenbeziehungen. Sky ist auch schlau. Sky kann seine Kundenbeziehungen eben auch mit Abrufdiensten jetzt bedienen. Also ich habe da keine klare Tendenz, ja. Aber der Aktienmarkt fasziniert Sie. Sie wollen ja, das kann man zumindest der Tatsache entnehmen, dass Sie die Social Chain Group AG gegründet haben. Es zieht Sie nochmal an die Börse, ein drittes Mal, nach ProSieben und Premiere. Ja, wahrscheinlich, ja. Das muss man erstmal sehen, wenn es gut geht, wenn das Marktumfeld stimmt schon. Und zwar auch deswegen, weil ich es einfach interessant finde, mit einer Unternehmensgruppe, die auf nachhaltiges Wachstum ausgerichtet ist, an den Kapitalmarkt zu gehen, ja. Wachstumskapital zu finden. Und um Wachstumskapital zu finden, da erachte ich den Börsengang immer noch als das beste Instrument. Nummer eins. Argument Nummer zwei. Wenn man in der Öffentlichkeit steht, also auch in der Öffentlichkeit des Kapitalmarktes, dann hat das eine disziplinarische Wirkung, ja. Man muss ja transparent jedes Quartal berichten. Man muss sich einmal im Quartal mindestens, ja, den Spiegel vorhalten. Sich auch unangenehme Fragen gefallen lassen. Ich wollte gerade sagen, ich meine, da haben Sie sozusagen keine schlechten Erinnerungen aus Premiere-Tagen, dass man sagt, das muss ich mir nicht nochmal antun. Ja, ganz im Gegenteil, weil wir uns natürlich auch häufig selbst an den Ohren ziehen müssen und sagen, hoppla, das ist aber nicht so gut gelaufen, ja. Also die Selbstreflexion und die Selbstkritik wird natürlich durch so ein kritisches Analystenpublikum, die ja auch schlaue Fragen stellen, ja, schon geschärft. Und die Disziplin, und ich sage auch, wer transparent nach außen ist, der muss auch transparent nach innen sein, ja. Und diese Fähigkeit zur Selbstkritik auch mal eine Prognose zu kippen, ja, und den Mut zu haben zu sagen, hey, da liegen wir 15 Prozent unter Plan, das ist wirklich schlecht gelaufen. Und das tut an der Börse viel mehr weh, als wenn man das im Familienkreis oder im Gesellschafterkreis mal eben so erörtert hat bei einem Bier. Noch zwei Fragen, wir dürfen die Bühne dann auch wieder in weiteren Programmen überlassen. Sie sind seit einiger Zeit jetzt bei der Höhle der Löwen, bei VOX, vor der Kamera. Es sieht so aus, als wenn Sie Spaß dabei haben. Denkt man sich dann, ach Mensch, ich habe vor 30 Jahren die falsche Seite des Geschäfts entdeckt? Nein, 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 ich bin ja da vor der Kamera zwar, aber ich spiele ja nichts, ich bin ja da kein Schauspieler, ja, sondern ich stelle den Unternehmern da dieselben Fragen, die ich stellen würde, wenn da keine Kameras wären, ja. Also insofern bin ich da schon ich selbst als Unternehmer und im Übrigen muss man ja als Unternehmer auch irgendwie immer auf der Bühne stehen. Ich sitze ja nicht hinterm Schreibtisch den ganzen Tag, ich habe ständig Meetings, Präsentationen, ich will andere Leute mitnehmen, andere Leute begeistern, Geschäftspartner begeistern, aber auch die eigenen Mitarbeiter. Also als Unternehmer muss man schon eine gewisse Bühnentauglichkeit auch haben. Da stellt sich dann die Abschlussfrage nochmal der Versuch. Gibt es keine Chance, dass wir Georg Kofler auf irgendeinem Social Network mal in Aktion erleben? Als kommentierender Medienmacher auf Twitter oder dann doch als Instagramer? Ach, das muss ich sehen, aber wissen Sie, das kostet mich echt viel Zeit. Wenn ich es mache, dann möchte ich es ordentlich machen und deswegen glaube ich eher nein. Gut, dann aber ganz herzlichen Dank für das Gespräch hier bei den Medientagen München. Georg Kofler, ganz lieben Dank. Dankeschön. Wunderbar. Dankeschön. Und ich übergebe an Sandra Ries. Wunderbar. Applaus Wunderbar. Applaus Wunderbar. Wunderbar. Wunderbar.